Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Dieses Wochenende sehen wir auf der Fight Island nicht nur einen Hammerkampf im Main Event zwischen Darren Till und Robert Whitaker, sondern es finden auch Kämpfe statt, die von deutschen UFC-Kämpfern ausgetragen werden. Zum einen haben wir da den UFC-Veteran Peter Sobotta, welcher gegen Cowboy Oliveira erneut zeigen möchte, dass er in die Top 15 der Weltergewichtsdivision gehört. Falls er den Kampf gewinnen sollte, könnte der 33-jährige Deutschpole Deutschland in Bezug auf MMA weiter auf die Karte bringen. Denn dieser kämpft auch unter der deutschen Flagge. An den Feierlichkeiten nimmt auch Niklas Stolze teil. Stolze wird sein Oktogon-Debüt gegen Ramazan im Mehrelf mit einem Rekord von 18 zu 4 und 3 zu 1 in der UFC geben. Niklas Stolze ist 27 Jahre alt und kommt aus Magdeburg. Er hat einen Rekord von 12 zu 3 im MMA. Niklas Stolze ist leidenschaftlicher Kickboxer, ergreift aktiv die Beine und den Körper an und wirft sie am Ende und am Anfang von Kombinationen. Er hat einen sehr raffinierten Headkick und hält auch einen K.O.-Sieg, wenn er in diese Richtung geht. Stolze schlägt mit einer guten Leistung und ist schwer zu lesen, wenn er jedes Mal etwas anderes schlägt. Er hält seine Hände niedrig, was sehr bedenklich ist, weil er nicht besonders schnell genug ist, um damit durchzukommen. Beim Schlagen Kickboxen ist er am besten, aber er hat auch die Fähigkeit Takedowns zu erzielen. Ich bin nicht gerade begeistert von seinem Ring, da vor allem Wettkämpfe auf niedrigerem Niveau zum Scheitern gebracht wurde. Und ich bin auch nicht gerade begeistert davon, wie er das gemacht hat. Auf der Matte kommt Stolze mit 4 Real Naked Chokes aber gut zurecht. Hier interessiert mich aber, wie hat es beispielsweise Niklas Stolze jetzt zu einem UFC-Debüt geschafft, während Kerem Engicek, Sabobolagi, Christian Eckerlin und Co. immer noch in der GMC hocken. Das ist wirklich ganz einfach zu erklären. Zuerst einmal kann man sagen, dass die UFC gerade total viele Kämpfer aus aller Welt benötigt und die Scouts halten Ausschau nach Kämpfern vieler Länder, die bei der UFC auf jeden Fall auch eine gute Show abliefern können. Der Grund ist natürlich die momentane Situation in der Welt durch die Pandemie. Wieso schafft es aber dann ein Niklas Stolze, der in Deutschland vergleichsweise unbekannt ist, gegenüber anderen großen GMC-Champs aus dem MMA-Spirit oder dem UFD-Gym? Der Grund hierfür ist, dass Stolze auch in engen Kontakt mit Sobotta steht und der wohl auch einen guten Ruf in der UFC hat. Durch ihn konnte er sicher auch leicht an die Promotion vermittelt werden. Genau aus diesem Grund hat es nämlich auch ein Dustin Stolzfuß nun in die UFC geschafft, welcher auch kein Titelträger bei der GMC ist oder war. Er trainiert lediglich im Planet Eater Gym ebenfalls bei Peter Sobotta. Versteht ihr es nun? Man braucht nur die Connection zu einem UFC-Fighter aus dem gleichen Gym und schon hat man es leichter. Was glaubt ihr, wieso ein Kerem Engelzeck nun ins UFD-Gym gewechselt ist? Aus dem einfachen Grund, weil er sich nun mit David Zavada connected hat, um auch eine bessere Chance zu erhalten, in die UFC zu kommen. Das MMA-Spirit hat, soweit ich weiß, aus vertraulichen Informationen keine Zulassung für die UFC, weil das ganze Gym und die Kämpfer im Rotlicht aktiv sind. Christian Eckerlin, Max Koga und Co. haben wahrscheinlich noch andere Sachen im Laufen, was ihnen einen Eintritt in die UFC wohl verhindert. Was auch verständlich ist. Denn die UFC möchte auch nur Leute mit einem guten Ruf vermarkten. Schließlich vertritt er gewisse Kämpfer ja dann auch in der Heimat die Promotion und sie wollen dafür nur gute Aushängeschilder haben. Beziehungsweise nur saubere Aushängeschilder. Ich bin zuversichtlich bei einem Engelzeck, dass er auch bald in die UFC kommen kann, wenn er sich mal ein gutes Management besorgt und Klartext spricht. Ich persönlich denke aber auch, dass die UFC momentan eher Wert darauf legt, deutsche Kämpfer zu holen, die ihre Kämpfe auch verlieren werden. Denn Stolzes Gegner ist eine absolute Maschine im Vergleich. Stolze braucht eine sehr, sehr gute Takedown-Defense, da er in einem Kampf mehrfach zu Fall gebracht werden kann. Trotzdem ist er damit immer gut durchgekommen, dass er in einem Kampf mehrfach zu Boden gegangen ist, weil er verdammt gut wieder auf die Beine kommen kann. Stolze ist gut darin, den Käfig zu benutzen, seine Füße auf die Hüften zu stellen und nach oben zu explodieren. Sein Herz-Kreislauf-System funktioniert zwei Runden lang gut, verlangsamt sich aber im Laufe des Kampfes. Stolze ist überall ziemlich anständig, aber er hat nicht die eine Waffe, die einen umhaut. Meiner Meinung nach ist er als Mittelklasse-Kämpfer genau für die Fight Island richtig. Aber sein Gegner Ramazan ist ein Veteran, der die UFC-Erfahrung haben wird und einfach zweifellos gegen die bessere Konkurrenz gekämpft hat. Ich sehe nicht wirklich einen Weg zum Sieg für Stolze bei seinem Debüt, denn ich glaube, im Mehrelf ist überall viel, viel besser. Er wird Stolze leicht auf den Boden holen, denn er hat noch nie gegen so einen Weltklasse-Grabbler gerungen. Und insofern sehe ich da sehr, sehr schwarz für Niklas Stolze. Ich bin aber gespannt, was die gesamte Zeit der Pandemie noch mit sich bringt und ob die UFC nun auch noch mehr deutsche Kämpfer zu sich ins Boot holen wird. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass im Planet Eater Gym bei Peter Sobotta vielleicht auch noch weitere deutsche, unbekannte Kämpfer in die UFC kommen werden. Aber fürs UFD Gym, fürs MMA Spirit sehe ich da momentan nicht so viele Perspektiven, um ehrlich zu sein. Aber lasst mich doch mal eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Glaubt ihr, ein MMA Spirit hat überhaupt die Möglichkeiten, in die UFC zu kommen oder nicht? Ja und Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch ein Like und ein Abo da. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer NoTimeMA.